Hallo Leute und willkommen wieder bei Let's Play League of Legends mit Ike, Cashfruits, warum, weil er immer dabei ist, ich weiß nicht warum. Weil ich das aufnehme, ja, deswegen, ich zorge AP Ezreal in der Mitte, Caitlyn geht Botlane, der im Bouncyu ist Gungel und Dreamwalker ist Wulibir auf der Toplane und ich wurde bei Facebook angeschrieben, das schluss ich. What the fuck, wer vergewaltigt hier sein Mausrad? Dennis. Tobi. Und als Gegner haben wir Rumble Top, Leona Bot, Ezreal Bot, Trundle, Gungel, Luchsenmitte und Glurak ist OP. Rumble und Rumble klingen irgendwie gleich. Falls ihr jetzt nicht genau zugehört habt, Akali Support. OP, OP. Ja, mit Blubberchen und Glurak kann das mal was werden. Ja. Aber bald kommt ja der OP auf der Akali. Der Burner, der Burner. Ich hatte beim Blue Buff, das ist dann deren Red Buff. Ich hab jetzt schon hier Bock mehr. Ach warum, Dreamy. Oh, ich hab voll den Backel. Ich hab hier so um die Gems, hab ich so komische Kasten. Oder soll das jetzt normal sein? Nein, das ist nicht normal. So schwarzen oder wie? Ja, so schwarz. Die Minions werden dann auch schwarz sein. Geil! Geil, dann seh ich ja gar nichts mehr auf dem Nett. Riot verarscht mich halt. Ich glaub ich sollte halt nicht mehr zocken. An alle, die das Video gucken. Bitte schreibt Literal Your Riot an. Please, Nerf, Rumble. Das soll nur noch ein Narkankt können. Hä, der ist doch schon genervt worden. Hä, Junge, das was die da genervt haben, nee, das ist kein Nerf. Das ist, ähm, das ist kein Push. Ja, die haben die Q-Umbill runtergesetzt. Oh, schade. Alter, mein Zorn von LL sucht laut. Mit Glück haben die Gegner ADC Luxe. Mach ihn leiser. Ja, bin ich grad dabei. Ich, ich, ich krieg den Glurak in der Mitte. Ja, ich will den Glurak in der Mitte haben. Wer ist denn Glurak? SV, oder? Ne, was? Der Adriel. Ja. Ah, okay. Die haben die AD Luxe. Das kann ich vergessen. So, Leute. Wir waren als erstes die Wölfe, ne? Ach, nö. Fällt grade auf, dass ich drei SV skins hab. So Leute, ich hab unser heutiges Thema gefunden, Schule. Nein. Doch. Ja, ich hatte jetzt zwei Wochen keine Schule mehr, das ist, das war schön. Ja, wer fühlt sich von der Schule verarscht? Ich. Spiel! Freiheitsberorung. Eigentlich hätten wir die Golems machen können. Eigentlich. Weil wir sind ja zwei starke Leute hier. Fang schon mal an, fang schon mal an. Nein. Ja. Die Minions sind doch da. Das ist ja echt. Das ist ja echt. Achso, ihr meint... Ihr redet ja gar nicht mehr. Ja. Ich bin... Achso, den ein oder anderen Last Hips werde ich aber nehmen, das weißt du. Und niemals aus dem Busch angreifen, dann werde ich aufgedeckt. Danke, Dennis. Was ist mit Monty? Oh, aus dem Busch springen meine Passive mehr. Na ja. Könnte halt nicht topdenken, aber ich glaube, ich geht an. Oh, nervt mich nicht. Das ist... Ich dachte, deswegen hasse ich Rumble. Der ist so... Ja, komm. Geh rein. Geh rein. Und ich hab die Peer gefällt. Ich hab was getroffen. Ich hab was getroffen. Ich bin ignited. Oh, die sehen mich ja. Das geht ja gar nicht. Ich hab meine Passive mehr schon wieder gefailt. Was ist denn das für ein Gang gewesen? Was hast du mit deiner Queer angestellt? Ja, wieso hast du nicht ignited? Also, du hast ja gar keine Ignite. Oh, siehst du? Schon geht das Geflame hier los. Das ist schon für das Blattverkackt, ey. Womit hast du gerechnet? LOL. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, man. Und da war ich tot. Warum gehst du counterjunglen? Ja, weil ich counterjunglen wollte, aber das hat nicht so geklappt. Wegen den Level 3 Twindle. Ich konnte doch nicht sehen, dass der schon Level 3 ist, ey. SS. Aber GB, du tust schön anpauken. Muss ich sagen. Aua. Das war gar nicht meine Range. Reicht so. JB, bist du Biber? Nein. Meine Fresse. Warum muss das jeder denken? Was? Ja, alle denken JB steht für Justin Bieber. Reicht so? Bist du kein Justin Bieber Fan? Justin Bieber ist scheiße. Richtig. Weil ich Real Life Jan Bernd heiße. Wer ist du? Jan Bernd. JB. Wow. Johannes Bär. Ich dachte immer, dass hier Jellybee hieß. Ich hasse Rumble. Geh rein. Liebe diese Low Range von Ezreal. Please North Rumble. Nachbeschießen. Der Torx Tkwower. Achtung! Da ist ein Veränder. Bin ich! Da ist ein Tone. Genau, da ist ein Whisper. Der ist kein Tronge. Der wurde gewartet. Ne, der kann gewartet. Oh fach. Ich werde nicht. Das weiß. Ich werde da nicht die Queue feindet, bitte. Töte irgendwas Scheiß egal was Töte alles Jawohl Double kill Nice Was? Ach ich hab ja mal gekriegt Wieso hab ich denn immer gekriegt? Ich habe aber Ja ich hab mein Ignite Äh meine Barriere gefailt Ja ich war doch schon ewig tot Hast du den nicht einmal angehitzt oder was? Komm wieder Toplane Hallo ihr hast ein Freakill Nein hab ich nicht Krieg mal schnell deine Ulti-Monti und dann tötet ihr Ulti-Monti Ja Der hat gewordert Hä wie soll ich töten mit der Ulti? Ja hier die Botlane aus dem Freakill Ich muss nur ziehen können Geh rein Lass du schnell Lass du schnell Boots Nicht Nicht Schasse Schasse Boots It makes pee Ich glaube jetzt hab ich das am Anfang wieder gut gemacht Ja 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 dann komm ich jetzt mal direkt Ich hab keinen gewordet Word die denn gewordet? Da glaub ich bin mir aber nicht sicher Damage Ja Warte 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 rein Geh 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 ich bloß Danke Komm Komm! Hehehe Braucht ihr Botlane, Gang? Ja, ich hab Ulti jetzt, ne? Voll die Maschine der Erste, du. Erst erst! Wieso schreibst du das? Wir sind Fünfermann-Premate. Ich weiß, aber das ist doppelt etwas. Was schaue ich da in den Chat? Dennis, soll ich wiederkommen? Ah, ich sollt. Und W! W! E! Mach dir ihn weg! B! E! Weg! Q! E! W! Irgendwie kommen wir ja ins Marschloch. Jetzt hab ich schon wieder meine Ulti nicht, Alter. Er baitet. Ich hab noch gar keine Ulti. Ja, ich auch nicht. Mir fehlen vielleicht noch 3 Farms oder so. Kann gleich wieder Toplane kommen, wenn du willst. Ich glaub, Botlane braucht mein Gang. Doch, aber ein Kill. Doch, aber ein Kill. Komm, nerv mir schnell. Scheiße, Warnball. Du, ich hab den Lug auch gut gebraucht, ne? Ja, der ist respawned, dann komm. Ja, warte, ich flieg noch schnell ab. Ja, ich komm dann schon. Danke, Mann. So, ich hab jetzt endlich Ulti. Ich hab kein Wort, du musst aufpassen. Ich komme. Oh, schilde dich. Knell! U-Dawn. Danke. Du stehst. Nein. Rambus hat's schwierig. SS mit. SS Top. Oh, Mitte. Pass auf. Ja, die ist wieder da. Ach, guck mal. Guck mal an. Auch irgendeine Länge. Ah, ja komm, ey. Weißt, der hat den Stein genau perfekt gesetzt. Ich hab gedacht, ich kann da noch durchlaufen, aber nein. Ich bin immer nicht Level 6. Kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt hätte ich zum Glück in einem anderen Sack da rüberspringen können. Aber nein. Von der hängt die wahrscheinlich eh immer noch, ey. Das irritiert mich voll mit diesem scheiß schwarzen Arm, ey. Mann, Rumble, such dir real life. Es ist schlimm. Ich wusste gar nicht, welcher Gegner und wer Verbindeter ist. Ich komm Botlane, ne? Ja, umsonst, aber ja. Kommt, Mann. Geh rein, geh rein. Hm. Total für den Arsch. Ein bisschen Poten. Lol. Ich hab Exhaust rausgeholt von der. Marco. Hm? Das ist, das hat man... Wir könnten eigentlich Drake machen. Ich hab Smite. Wollt ihr Drake machen? Ja, wollt ihr machen? Jo. Oh, der ist jetzt da kurz schon hoch. Oh mein Gott, wie... Oh, kommen die von hinten und snipen mich jetzt mal weg, eiskalt. Äh, Lux kommt, ne? Alle kommen. Geht runter, äh, geht weg, geht weg. Geht bitte weg, das ist unlos. Was macht ihr da? Frag ich mich auch. Joll. Boah, das war, das war eng, du. Fiss dich, ey. Woher kamen die auf einmal alle? Was war das für ne Ulti? Sie hat nicht mehr einen getroffen. Haha, wie die jetzt erlebt haben. Ja, im Weissel bleibt der ganze Schild. Sie hat, sie hat Präsenz gezeigt. Ähm, Dennis, kannst du mal mit Dreaddorf gucken, da könnte ein Trundle sein. Ja, ich gucke. Okay. Rumble ist es. Rumble oder Trundle? Es ist weg. Rumble. Lol, da geht's übel jetzt ab. Rumble verschwind aus meinem Leben, ich will dich nie wiedersehen. Hallo, ihr könnt nicht die Trundle töten. Ach du nein. Die Trundle? Auch die da, ihr holt die rein, diese Bit. Hinter dir. Hm? Tu irgendwas! Oh nein. Ja, ich leck dich, ich leck dich. Es ist jetzt schon vorbei. Ja, wenigstens noch gekriegt. Ich wollte mit der W nicht getroffen haben. Ja, das W sollte man treffen, als A, wer es will. Ja, Gott sei Dank. Ich bin aber an diese kleine Ring von den Kackzellig gewöhnt. Bei A, die C, Atyl, brauche ich ja die W eigentlich gar nicht zum Damagen. Ja, stimmt. Da brauche ich ja nur die Kuh und die hat ja auch eine ultimative Range. Also, das ist gut wie ein Loppetip von der See. Bei AP ist das ein bisschen schwieriger. Marco. Hm? Ich habe keine Energie. Schön. Ah, hat der mich kurz aufgefressen. Noi, wie meine Ulti, der Leona nur 69 gezogen hat. Da wurde ich 50 andere. Weil da so viele Minions waren. Ja, toll, ey. Da steht nur Min... Ach so. Oh mein Gott. Loil, da ist ein Rumble. Okay. Da haben wir was denn gesagt? Nein, du bist mir. Rumble. Ja, dann push jetzt doch. Alter, ich sehe nichts auf der Karte. Nichts. Durch die scheiß schwarzen Dinger da. Ich sehe da gerade nur eine Kältin und einen Luchse. Irgendwie so sehe ich da auf der Karte. Ähm... Nimmst du mal auf? Was? Nimmst du mal auf? Vielleicht mal hier, ich meine die hier in der Mitte. Natürlich nehme ich auf. Okay. Blackscreen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ah, okay. Aufs Leiter. Oh mein... Einverstanden. Ah, Herr Scharf, du. Oh, danke. Bitte. Bitte. Oh, haarscharf, du. Hab ich gut gemacht, ne? Ich überleg sogar, ob ich noch zurückkomm, aber... Das lass ich besser. Geh weg, Caitlin! Oh Gott! Du kotzen die mich an, ey! Alter, wie riesig der ist. Wieso bist du nicht weitergelaufen? Egal. Wo läuft das Rundle lang? Wo läuft das Rundle lang? Der wird da im Bus stehen und sich wahrscheinlich beworten. Ehrlich gesagt frag ich mich selber, warum ich da langgelaufen bin. Ich glaub, die holen unseren Blooper. Ja. Ich weiß nicht, ja. Hi! Da kommt der Gegend, da kommt der Gegend, da kommt der! Ne, da troll dich. Was ist das für ein Bumbo? Ähm, Lux kommt, ne? Rumble kommt auf, würde da... lassen. Weg, weg, weg! Oh, Marco. So scheiße. Nein, was machst denn du? Ich wär doch eh nicht mehr weggekommen. Doch, er hat ja geslowt, Mann! Geführt und geslowt! Ich war auch noch geslowt durch Wumble. Geil! Haut ab! Haut ab! Oh Gott, kotzt das! Ich hab ihn immer lacken, ey! Mich kotzt es an, wie du snipest! Das ist schluss! Ich hab ihn getroffen, aber der hat halt überlegt, weißt du mal, dass du den gleich schon wieder gerägt hast. Dead Focus! Ich beiß die Lux noch in den Arsch, ganz arisch! Alter, 1,5 ist... das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so schlecht bin. Wie im Hals! Hä? Wie im Hals! Wie im Hals! Ah, wie im Hals! Oh Gott, ey! Die kämpf ich mit deiner Combo, what the fuck! Alter, das haben die mit Lux angestellt, diese Kackpennern am Dryden, ey! Wollt man mit der E 3000 Damage! Die hat Karten, die hat nun nicht mal so viel! Ja, ich bin tot! Stop! Good! Noch ein bisschen weiter im Karten. Ich bin tot! Hey, Rack Frondel. Ey, ich will weggehen. JB. Du hast nen Biber? Toll, was hat der denn so... Bei mir hat der jetzt Pfeile um sich herum. Dein Snipe ist echt ne Kunst. Keine Ahnung wie das man schon hinkriegt. Werf ihn! Warum bist ich? Warte! Komme! Also oben drücken wir alles auf die Schaden, ey! Und dann schon wieder lacken, oh mein Gott! Alter, komm mal! War schon wieder so scheiß Blue, Ezreal Good Job Hm Das kotzt einen voll an, weißt du Der zieht mir mit einer eh viel mehr als ich mit Magna Ist der Ezreal noch da irgendwo? Wer ist es? Jetzt nicht Verstanden Irgendwie fail ich gerade so richtig Marco, wie gilt ich? Ich fülle damage mit der Trondel einfach mal Oh geile Ich wichs mir einen ab du Sorry Was? Die sind top! Der kriegt die Borsche Okay, der kommt doch nicht so weit Ich dachte nur Der ist ein bisschen skeleger Der kann... Der... Die ESV-Ult ist raus, nur so by the way Willst du einen Red haben, hallo? Ja, du, ich bin gerade ähnlich, ja Hier rein Komm her! Komm her! Soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Ja! Gib ihm! Soll ich noch mal? No mam, no mam No mam Ja, das ist wieder... Ich bin schon weggeportet und ich wäre trotzdem noch gestern ... WTF? Ich stehe nichts auf der Karte. Die hat doch nicht mal 100 AP oder so. Ja eben, das ergibt gar keinen Sinn. 129 und zieht genau wie wir mit 5 Finger sogar sind. Der Ulti hat mir über halbes Leben gezogen. Das ist doch nicht normal. Ey komm, wie schnell ist denn der Wettbewerb? Ja komm, was ist das? Ja und der kann schon seine Ulti schon wieder machen, oder? Was? Wie oft kann der sein Ulti machen? Es gibt gar keine Sinn. Kein Brutalisierer, nur die scheiß Schuhe. Der hätte mich eh getötet. Der ist einfach zu stark. Zu stark. Oh, Wully ist passive vor der Wind. Ne, der tankt das halt ohne weiteres. Bleib konzentriert. Kein Schaden macht. Kein Schaden macht. Ich sollte mal wieder Wards brauchen. Ich drück, ich drück Flash und der Flash nicht. Ja und wie der, wie die scheiß Ulti nicht mehr rausgeht. Was für ne unlogische... Oh Gott, das ist doch so dämlich. Weißt du, ich hab meine W schon geschossen. Die ist auf Cooler und dann sterb ich und die fliegt nicht mehr. Ja, das ging mir grad genauso. Ich war mit meiner... Mit meiner Ulti war ich schon dran. Ich war mit meiner Ulti auch schon dran. Hat kein Damage mehr gemacht. Ignite konnt ich auch nicht usen. Keine Ahnung warum. Mein Gott, nervt das einfach. Weil das behindert einem ja gar nicht mehr geht. Ah ja. Na geht doch drauf auf den. Ihr seht da keine Ulti angeflogen. Nein. Alter, was ist das hier für ein Teamfighter, ey. Flipp aus, ey. Ja, immer auf den... Ja, auf Leona, die hält ja nicht so viel aus. Nein. AP ist sowieso der größte Scheiße aus. Also eigentlich ist es nicht der größte Scheiße. Eigentlich schon, doch. Hybrid ist schon scheiße, aber AP ist richtig scheiße. Du spielst ja gar nicht sofort. Was soll ich denn da noch sagen? Hey, das geht. Ja. Ist halt einfach nicht gut gelaufen. Komm her, lass spielen! Ja. Endlich, ey. Ja. Ey. Meine Frisse. Lux ist so für den Arsch. Boah, ich hasse dich, du an der... Ey, Lux ist wahrscheinlich gleich... Pass auf, da kommt Lux. Ja, das war so klar, dass diese scheiß Lux da wieder kämen. Hauptsache ich kräfte die Kuh nicht auf. Boah, komm schon, ey. Es hat ja euer Power-Power-Power ab. Hau ja ab. Ich mag ruhig heute aufpassen. Ach was? Den bissigen Hund. Er kämpft ja da. Sagt doch, dass er kämpft. Ist das nicht was anderes? Oh, wo ist das gerade? Ich soll aufpassen? Also ich bereite mich... Das... Das Video? Kannst du sowieso jetzt nichts machen? Oh, natürlich, ey. Lop. Ey, was macht denn die für einen Schaden, die Leone? Ich bin der einzigen Musi-Liebe. Okay, sowieso. Hallo. Na ja. Worauf geht es? Für mich ist das hier gelaufen, das Game. Ich glaube, wie Lups so richtig Schaden macht. Das ist Lups. Pisse! Neh noch. Rumble könnte gleich kommen. Das ist Top-Play gerade. Ja, gerade. Oh, danke für das Netz. Bitte. Kann ich jetzt meinen Koffer damit packen? Ja. Oh nein. Was feiert ihr denn da? Ich verstand es nicht, du. Jetzt sind die ganze Zeit in der Mitte. Was macht ihr die ganze Zeit in der Base? Die ganze Zeit. Ich bin gerade in die Base gegangen, um einmal was zu kaufen, ja. Ich war wieder einmal tot. Ich bin auch schon gestorben. Ich bin auch schon gestorben. Also eigentlich müsste ich mich freuen, dass Schadenweber gestorben ist. Aber naja. Ich bin jetzt Wandelhaupt der Schaden wie sonst was. Ne, es geht. Aber mir schon. SHL-Ulti. Ja cool, dann du sitzt bald. Wie spielst du SHL? Man hört schon anfangen erst mal cool, dann wird du Schuhe. Ja, spiel doch AP. AP spielt man anders. Ja, das ist ja auch so. Und zwar schlecht. Ne, so spielt man. So spielt man aber auf den Haus. Ich spiel öfters AP erst verdient. Goll. Der war schön. Sag mal, wieso macht ein Leonhard? Warum drückt denn dieser? Der hat doch noch gar nichts. Oh, da wollen wir, da wollen wir. Den Streifen konnte ich gar nicht sehen. Ihr habt nur den Sound gehört. Ja, ist ja klar. Verkackte Riot kotzt mich schon wieder. Fackt hier nur durch die Kante. Was ist das? Mal live, freck. Tunnel OP. 10. 11-4. Wollten wir die ganzen Küsse haben. Hm. Von mir? Ich bin 10 mal gestorben. Alter. Weil ich ess nebenbei Nüsse. Nein, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ey, die ziehen uns voll aus. Aber wenn wir weiterhin defen, dann könnten wir das eigentlich noch schaffen. So Late Game mäßig. So, auf dem Hinweg konnte ich mit meinem E über diese Base Wand. Auf dem Rückweg nicht mehr. Ja, die Base ist ja auch höher. Hm. Verdammt gar nicht. Das geht nicht. Von unten, von unten kannst du nicht. Ja, die Base, das ist ja auch höher. Die Base ist höher. Das ist wenigstens mal logisch gemacht. Ja. Leute, nächste Runde spiel ich AP-3. Da zeig ich euch wieder ein richtiges Spiel. Das ist ja nicht normal. Nein, dann sagst du mir wieder was, ey. Da kann ich nicht mehr wieder schön machen. Das ist der Ulti. Ja. Wie war das letztens... Was hast du uns letztens gezeigt? So eindrucksvoll. Hau doch ab! Was war es denn? Irgendwas... Ich laufe hier halt so rum. Ich laufe halt hier so. Hallo! Ja, ich versuch hier Warden aber was zu dessen, ne? Hallo! Was hat denn der für live reinges Klubs nicht? Ich krieg noch grad so... Ja, das ist der... Kennst du diesen neuen Bluehead? Du wirst zockmen ja heutzutage auf Arden. Ja, komm. Was? Die sehn mich auch. Die sehn mich auch wie Scheiße. Ja, ja. Schon links. Wow, der Support ist vor. Ey, Monty, aber das mit deiner W, mit dieser Reichweite, das hast du noch nicht so ganz. Ja, komm, wenn du das jetzt hier... Yeah! Marco! Ja? Ich bitte dich, ich spiel nie wieder ab. Okay. Akadi auf Support. Das ist auch Scheiße, das war mir von Anfang an klar. Warum spielst du es dann? Einfach so, weil ich mal Bock hatte. Aber wir dürfen nicht verlieren wir. Willst du, dass wir verlieren? Ja. Warum kannst du uns alle killen? Ja. Warum kannst du uns alle killen? Weil der Support ist. Weil der Support ist. Meins. Meins. Gamechanger? Ja. Das heißt, dass ich uns hier gedreht hab, weil ich hier einen Ast rausgehauen hab. Ah, okay. Hinschlimber. Aber so wirklich davon was gehabt haben wir nicht, außer dass wir jetzt noch treffen konnten. Und das Geld haben wir bekommen. Bruder. Wollte erst komm auf die Burren gehen. Hm, das ist doch nur einer ja und ihr darf vor dem Weg gehen. Weil der uns beide tötet. Guckst du da an. Weil der einfach nicht Ulti kommt, ey. Weil der einfach überhaupt kein Leben verliert, wenn man keinen Egnet auf ihn drauf hat. Ich glaub das geht. Hm. Wer hat denn hier ein Wort hingestellt? Ich nicht. Sehe ich so aus, ob ich worden würde. Ja klar. Jetzt hab ich's geschafft. Ich mach uns nach, was? Ja, komm ey. Die haben einfach zu viel AOE, die Arschlöcher. Oder einfach so Zeug, wo man irgendwo hinknallen kann, ne? Ich hab's gerade geschafft, von außerhalb der Base wieder in die Base zu jumpen. Yeah. Und wir haben's gerade geschafft, irgendwas. Die haben gerade einen Tauer von uns zerstört. Really nice. Und was haben die hier vor? Irgendwas töten wir. Wieso gehst du mal weg, Lee Sin? Die sind alle low. Zu viel Angst vor Tron, ne? Und so. Der Typ regt mich so auf, alter. Der slowt mich. Dann slowt er mich nochmal mit KD. Der scheiß Kling. Das wird böse Dauter sein. Hult hier auf mich, eh. Ich hab' ich voll perma geslowt hier. Warum hast du dir jetzt die Eisgrill-Handschuhe geholt? Ich weiß, was er ausprobieren wollte. Was war das? Was war das? So, mein Ziel erreicht. Ich habe erst mich getötet. Grundle, du gehörst mir. Glaube ich nicht. Ich glaube, Tron ist vielleicht noch ein bisschen Polarberg. Er hat, er... Er hat dich, glaube ich, schon zehnmal vereinnahmt. Komm her! Uuuh, der ist eh schneller als du. Catelyn nicht zur Stelle, mal wieder. Boah, alter Schittchen-Handschuhe! Ich war doch da! Du bist aber zurückgelaufen. Sonst wärst du jetzt noch dran und hättest du vielleicht noch deine Falle legen können. Ich beiß den noch in den Arm, ey. Ich hol mir vielleicht Tron, nächstes Mal. Da ist er, da ist er. Da ist er. Er will's wissen. Oh. Oh, jetzt kommt Luxi wieder an, ey. Oh, ich hab keine Possible! Ich hab keine Energie! Natürlich! Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab keine Energie! Du hast keinen Bock! Ich hab keinen Bock mehr! Das kann man gar nicht mehr drehen! Aua! Das drehen wir noch, Jungs! Naja, das drehen wir noch! Also, die haben fast alle Tor von uns. Wir haben... Catelyn ist gleich wieder da. Die stirbt dann gleich, gleich instant. Justin Bieber! Los! Justin Bieber! Da, Lux! Yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Hey, wie perfekt sie geschossen hat er ist. Das Woli-Bär erleidet das gleiche Schicksal. Kein Fokus. Fokus nochmal den Tank, weil ich geh noch was haben! Vielleicht weil du der Einzige gerade am Leben sitzt. Oh man! Mit Flash alles drum und dran! Einfach! Flash! Ulti! Loll! Es wie geht rauf! Ey komm, jetzt treffen wir das schon wieder! Naja! Oh komm her! Oh! Der Woli-Bär flasche an! Ey komm! Nein! Oh nein, schwandelt! Jetzt würde ich auch weg! Tschüssi! Ja komm ey Dennis, lauf noch weg! Weißt du, ich will mich grad zu dir hin! Ja Gott! Ich stand neben dir, Manu! Du hast ihn nicht geportet! Ja! Och Kinder! Weil ich's gar nicht machen wollte, wo du dich weggeportet hast, ey! Und jetzt bist du auch noch so... So viel's los! Oh mein Gott! Konntest du das nicht anhanden? Wie immer noch vieler Perma geslowtiert! Bescheid! Also, ihr wisst ja, für was ich jetzt wärm! Ich liebe diesen SW! Ich wär für'n guten alten Surrender! Ich wär für'n guten alten Surrender! Sagt ihr Leute! Nein! Ja, macht ne... Ja, dann explodiert der... Explodiert der zweimal! Hallo! Es kommt! Lo... Oh! Oh, die lachen uns aus! Komm! Ich werd von dir in die Tower werfen! In den Nexus rein! Ne... 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 Egal! Doppeltötung! Doppeltötung noch geschafft! Ja! Haben die noch geacet? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Das wär' jetzt egal! Ich bin depressiv! Ich bin depressiv! Ich bin auch depressiv! Ich hab' schon irgendwie nach der 5 Minuten schon gemerkt, irgendwie das wird nix! Aber egal! Ne... Ne... Ey! Danke wie jemand ne Stabszahl! Wer denn? Bleib Monta! Der Monti hier schon wieder! Helfer Welt! Na ja, ich danke trotzdem fürs Zuschauen! Tschüss! Tschüss!